Mein Name ist Sue. Oh, hi. Und ich war ein stinknormales Mädchen. Ich löse mich auf. Bis es im Geheimlabor meiner Mutter Das wird die Welt verändern. zu einem klitzekleinen Unfall kam. Reaktor überhitzt. Geh aus! Wie geil ist das denn? Du kannst dich unsichtbar machen. Hat das außer Ihnen noch jemand gesehen? Kein Wort zu niemandem. Hast du mich verstanden? Geil. Tobi, ich brauche deine Hilfe. Meine Mutter ist entführt worden. Wir sollten zur Polizei gehen. Und was sag ich denn? Meine Mutter hat eine Flüssigkeit erfunden, die mich unsichtbar macht? Gib mir Deckung. Was ist jetzt vor? Meine Mutter befreien? Krass. Feuerfestes Material. Extrem leicht und unzerstörbar. Genial. Du bist ein echter Superheld. Sie sind in sehr großer Gefahr. Da sind sie. Hier kommen die Fantastischen Drei. Das ist definitiv nicht deine Mutter. Zu was machen wir. Sorry. Ich bin Invisible Zoom. Vorschläge? Jetzt oder nie. Warum werden die nicht langsamer? Vielleicht können sie durch uns durchfahren. Festhalten! Sie haben Pancakes bestellt. Ja, du bist unsichtbar. Du musst dir schon was Neues einfallen lassen.